Um Ihnen Mitteilungen und Arbeitsaufträge für Ihre Kinder digital zukommen zu lassen, haben wir an der Volksschule Kufstein-Stadt einen Google Classroom eingerichtet. Installieren Sie bitte im Google Play Store die App Google Classroom. Sie finden die App auch auf Ihrem iPhone im App Store. Gehen Sie auf Installieren und anschließend auf Öffnen. Jetzt starten. Wählen Sie bitte nicht Ihr privates Konto, sondern fügen Sie das Konto für die Schule hinzu. Konto hinzufügen, OK. Und geben Sie nun den Account Ihres Kindes ein mit der Endung at eduweb.ad. Geben Sie nun das Passwort ein. Sie finden dieses auf dem Informationszettel. Gehen Sie auf Ich stimme zu. Und nun sind Sie im Google Classroom mit dem Account der Schule angemeldet. Ihre Klassenlehrerin hat einen Classroom eingerichtet und Ihnen eine Einladung gesendet. Wählen Sie hier noch Anmelden. Nun erhalten Sie alle Mitteilungen und Arbeitsmaterialien im Google Classroom.